Ich bin ein Taubesnüßchen Du bist ein Taubesnüßchen Du bist ein Taubesnüßchen Du bist ein Taubesnüßchen Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Hunde Survival Games Auf der Map SG6 Und Ja auf jeden Fall haben wir schon Schwert, Angel und Bogen Alles was das hat begehrt Und ja wir töten erstmal den Und er ist tot Und Die Runde läuft So wenn ich jetzt irgendjemand entgegenkommt Der ist tot So Wir es vielleicht Auch schon erkennen könnt Ich weiß nicht ob man es erkennen kann Nehme ich mein Dorn Jetzt mit der City auf Ja weil viel haben wir gesagt Es ist besser Und über habe ich einmal mal ausprobiert Mal gucken ob es wirklich so gut ist Schreibt es dann einfach in die Kommentare Ob es so passt oder nicht Oder doch Doch wieder anders aufnehmen Weil sonst habe ich den Ton immer mit Ich habe es selber gleich aufgenommen Aber mit Outer City Kann man die Totenspur auch noch Äh bearbeiten selber Also ich glaube da kann ich dann auch Das ganze rauschen und so raus machen Was heißt rauschen Zum Beispiel die ganze Tastatur geklicken Und Maus und alles Kann ich höchstwahrscheinlich raus machen Und ja weil mit Outer City habe ich mich Noch nicht so auseinander gesetzt Deswegen weiß ich da gar nichts Ja auch wieder mal so weit Gibt es hier am Start Weil das eh so viele wollten wieder Und wo andere Chamber wollten auch viele Wo ich jetzt momentan erster bin Ja das nehme ich hier am Freitag Ne am Sonntag Dumm äh am Sonntag auf Und ja Aber in dem Zeitpunkt bin ich erster Normal bleibe ich auch erster Weil ich habe ja jetzt noch keine Ferien Aber nur noch Dienstag Ja okay Das Video kommt höchstwahrscheinlich Dienstag Also wenn ihr das sieht ist Dienstag Da wo ich es rausgebracht habe Und am Dienstag ist der letzte Schultag Da bekommen wir heute noch Zeugen Das sind so ein Kram Und dann zockern was das Zeug Ja sechs Wochen Ferien Und ja Nur dass der auch Bescheid wisst Okay Also volle Rüstung haben wir auch schon Außer die Lederschuhe Die sind ja nicht so Bombe Aber na gut So Hier noch was Nein War ich hier schon? Glaub Nicht Nope Ich schmeiß einfach mal alles hier in die Kisse rein Da 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 So Und ihr könnt auch gleich mal Schreiben Auch noch Wie ihr hier mein neues Intro findet Mit der Epischsten Musik auf der Welt Schreibt es auch auf jeden Fall in die Kommentare Weil das Ich finde das Intro so richtig geil Nein Nein mein Titi Also das Intro Es ist einfach das beste auf der Welt Und wer auch nicht weiß von welchen Film das ist Der Der bekam da nicht so viel mit Wummeleben Ja Auf jeden Fall Ja Auf jeden Fall Ich habe drei Herzen weg Gute drei Herzen Gute drei Herzen Stirm Emo Ja Push mich noch zu ja genau Oh scheiße ich bin gleich tot Okay Trolll Trolll Ich bin gleich wieder auftauchen Sonst bin ich gleich ein roter Pinguin Okay gut Da liegt noch was Ich brauche jetzt alles den Team So Weil TNT kann im Kampf auch sehr hilfreich sein Ich habe schon mal Deathmatch Da hat ich nur ein halbes Herz oder ein Herz sowas Das hätte ich einfach mal so ein TNT Und wenn man genau drinsteht Haut es einem einfach die ganzen Herzen weg Und das ist dann schon ein bisschen geil Ja Ich glaube sogar dass man jetzt hier auch ein Pferd haben kann in Survival Games Weil auf SG4 Das baut oft ein Pferd Und da hatte ich letzt mal ein Pferd Und ich weiß nicht ob man einen Sattel bauen kann oder nicht Ich glaube schon dass man sie irgendwie aus 5 Leder oder so bauen kann ich weiß nicht Aber wenn man sich ein Bauen könnte wäre das schon ein bisschen krass geil Weil man dann ein Pferd hätten Haben Hätte können Oder haben Kann Ja Weil mit dem Pferd in Survival Games Da hast du Hast du eh schon fast gewonnen Kannst einfach Vom Pferd runter schlagen Vom Pferd schießen Wegrennen Ja Wie er selbst Wie es wahrscheinlich aussieht Dann mal Lackpflaps dann wieder Heißt ich mach jetzt hier einfach kurz einen kleinen Cut Und dann gehts gleich weiter So ihr Nudeln So jetzt geht es wieder Nein Oder doch Ja jetzt geht wieder Ich dachte grad das ist Äh Aufgeschmiert Aber es geht wieder Ist natürlich Bombe Habe ich gerade ne Q Ja ja geil Träume 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 Ich habe irgendwie viel zu oft Ich weiß nicht von wem ich habe ist Irgendwie Angewöhnheit Gewohnheit Ich sag voll oft so Das ist das so Vorhin war jemand oder Nein Oh Gott Eben noch sieben Leute Und ja Auf jeden Fall habe ich auch Fast die 2000 geknackt Wie ich das aufnehmen habe ich ja schon gesagt Als Sonntag Und da habe ich 1822 Irgendwas heißt fast 200 Abonnenten noch Und ja Heißt bei 2000 Abonnenten Special werde ich Ich glaube Livestream machen Ich weiß aber nicht Ich glaube ich mache ein Livestream Ja ich mache einfach mal so ein Livestream Und ich ändere mal kurz das Zeitgepack Ich glaube weil es am Texture Pack liegt das so laggt Sorry dafür So Jetzt geht es wieder lag nicht so Es war doch im Texture Pack gelegen So Auf jeden Fall zu Weihnachten bekomme ich eh einen krassen PC Heißt da habe ich ultra win und so Also Wenn ich Wenn Weihnachten vorbei ist alter dann gibt es erstmal so voll krasse Videos Mit Weil ich glaube Weil meine Grafik von dem Video ist jetzt zwar nicht so die Beste Und ich glaube das hängt an Warte mal ist schon wieder alter das kann nichts sein Ähm Ja egal egal Ähm dass die Grafik so scheiße ist Also eigentlich geht die aber Ist halt ein bisschen nicht so cool Äh Ja das liegt höchstbeständig am PC Äh Aber Ja ich bekomme jetzt eh einen neuen Heißt bessere Grafik glaube ich mal Und bessere Also ohne Lags Ohne so dass ich Pause drücken muss Und vielleicht mit Shader aber ich glaube ich mach kein Shader Äh Weil ich ich kann mit Shader irgendwie nicht richtig so weit geben spielen Aber Na Gut Also Auf jeden Fall Äh So mit Geiler Kraftweg und einer Lags Und so Und so Kommente ich noch denn das Deathmatch und ist diese Runde der Bubba Games auch vorbei Also es bleibt so krass alle starten einfach kurz neuer und gucken wie es dann läuft so und hier habe ich jetzt gehabt fast neu gestartet ich weiß ob es geht aber auf jeden fall finde ich leckt jetzt nicht mehr so ich weiß nicht was da los ist mit dem freps aber auf jeden fall haben da ein paar geschrieben gegeben einfach mit der a und ich glaube mal das heißt dass ein paar leute zumindest zweier team in der mitte sein wird mal gucken und da wirklich weiß sind wenn ja dann ficken wir ja weg ja das sind zwei leute ich halte mich mal ein bisschen abstand was lebt es lebt gut weil ich habe gestoppt aber ich habe keinem geschlagen bin aber weggerannt also es ist wieder mal eine fehlaufnahme ich sehe es jetzt schon wenn er gut was willst du tun aber es ist einfach zu der zeit mein pc der wo so richtig krass am rum lagen ist aber na gut ich habe zwei leute gekillt ich habe schon alles große da kann man nicht meckern aber sorry für die ganzen lags in paar monaten ja in paar monaten ist alles vorbei heißt also es bleibt nicht mehr so weg mein pc was ich jetzt auch schon zu 10.000 mal gesagt habe aber na gut dass sie es auch kapiert und ja alles kann ich mich nicht bauern weg weg auch weg baumisch nach weizen Break zu mehr bei ihm ich hoffe einmal dass das erstmal das nicht leckt das ist auch die erste runde das ist wohl gerade aufnehmen und er er kann doch in also ich auch schon gesagt hat schreibt in die kommentare wie ihr die stimme mit aus die findet ob die besser als ob die vier bis essen da ist und so was ist leckte die märkte nein okay ich habe die augen wird nicht startet aber es leckt einfach nur wenn man nicht das ist ein team ja geil ja wir müssen gegen so ein team kämpfen die wo nichts können aber wird ja nicht so schwer sein vor allem weil der schon tot ist ja okay das ist leicht gewesen auf jeden fall war auch nicht eine runde aber sorry für die ganzen lecks und so kann man nichts machen ist halt fraps mein pc wort wort ever wenn es euch gefallen hat lasst einfach eine positive bewertung da und vielleicht ein aber das wird viel schneller die 2000 geknackt haben und ja und wir sehen uns dann nächstes mal und schreibt auch in den kommentaren wie ihr das intro findet